Heute will ich dir die neue Co-Pilot-Ansicht in Power Automate ohne den Co-Pilot vorstellen. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil es gibt eine neue Ansicht und es gibt auf der Startseite schon ein neues Fenster, wo du dann quasi heutzutage nicht mehr die Aktionen und Flows und die Aktionen selber bauen musst, sondern du sagst dem der KI, was du vorhast und der baut dir diesen Flow automatisch sozusagen. Die grobe Arbeit macht schon die KI und das Blöde ist nur, dass dieser Co-Pilot ja noch nicht im Prinzip komplett in Power Automate in Deutschland freigeschaltet ist. Ich habe jetzt schon gesehen in den USA, es gibt schon vereinzelte Unternehmen oder vereinzelte User, die das tatsächlich schon haben. Dann sieht das ein bisschen anders aus, das heißt, du kannst einerseits dem Co-Pilot sagen, so jetzt mach das und das und das, dass wir dich automatisiert haben und wenn du dann in dem Flow drin bist, dann kannst du weiter mit dem Ding sprechen und sagen, pass auf, aber vor der Aktion, die dann in irgendwas im Teams postet, würde ich gerne nochmal eine E-Mail an irgendjemand schicken oder ich würde gerne einen Genehmigungsprozess starten, bevor das und das und das passiert. Das heißt, du sagst initial, was du machen willst und dann unterhältst du dich weiter und dann baut er quasi für dich diesen Flow und tippen, du kannst entweder die Befehle eintippen oder du kannst sie diktieren, wie ich das gerne mache, aber auf jeden Fall sprichst du und du machst dann am Ende, machst du nur noch das Feintuning in so einem Workflow. Also eine richtig geniale Geschichte. Ich hoffe, dass der Co-Pilot in Deutschland recht bald freigeschaltet wird, weil dann wird es richtig genial. Aber im Moment ist es schon wirklich interessant, die Änderung, die Ansicht sieht anders aus, ist alles ein bisschen neu, ein bisschen interessant gestaltet. Also guck es dir mal an, im Video stelle ich dir das heute mal ganz kurz und knapp vor. Also ab ins Video. So, man merkt, es wird immer und immer mehr geht das Richtung KI und Richtung Bots und Richtung auch Chat, GPT und so weiter hier auch in Power Automate. Und das siehst du, dass seit einigen Tagen hier so ein quasi neues Fenster hier aufgetaucht ist. Also hier steht automatisieren wie etwas, was soll ausgeführt werden. Das heißt, der sagt mehr oder weniger, sag mir doch, was du automatisieren willst und ich gebe dir die Lösung. Ist das nicht ein Traum? Das heißt, du klickst hier rein und der schlägt dir schon vor, was er automatisieren könnte. Im Moment ist alles auf Englisch. Ist aber auch kein Problem, das Ganze auf Deutsch zu machen. Das heißt, du kannst hier schon irgendwas auswählen, was du spannend findest. Und dann erstellt er letztendlich diesen Flow sozusagen. Also er gibt dir dann schon vorgefertigte Strukturen, was du so machen könntest. Und das ist auch sozusagen die Vorbereitung für den Co-Pilot, also für den Co-Pilot oder Co-Pilot von Microsoft, der wohl jetzt schon recht bald kommen wird. Ich habe jetzt schon erste Videos gesehen oder im Internet schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Zeige ich dir gleich, wie das Ganze aussehen wird. Aber hier, lass es schon mal anfangen und zwar kannst du jetzt sagen, wir diktieren das mal einfach. Tippen wird überbewertet. Das heißt, ich drücke jetzt hier Windows und H und dann sage ich, was ich denn gerne hätte. Und pass auf, ich mache das jetzt mal. Alle Anhänge einer neuen E-Mail auf OneDrive speichern und danach eine Nachricht in einen Teams-Kanal schicken. So, das soll es gewesen sein. Das heißt, na, Mauerpunkt. Achso, das ist meine Anweisung. Und jetzt sage ich, generieren. Klickt einfach auf die Schaltwäsche, jetzt denkt die KI. Guck mal, und jetzt schlägt er mir schon was vor. Also vorgeschlagener Flow. So könnte aussehen. Das heißt, wenn eine neue E-Mail ankommt, dann in eine For-Each-Schleife, also in eine Schleife packen. Dann jedes, quasi jeden Anhang auf OneDrive speichern. Das heißt, hier Create File. Das heißt, damit speichert er das. Und zum Schluss schickt er dann entsprechend eine Nachricht in einen Teams-Kanal. Sozusagen als Bestätigung, so nach dem Motto, pass auf, da gibt es was Neues. Ja, so. Das war es. Das heißt, wenn er sich schon recht sicher ist, dann kriegst du nur einen Vorschlag. Ab und zu gibt es hier noch einen Link, wo er dann sagt, weitere Vorschläge anzeigen, etc. Bei uns passt das schon. Ich sage jetzt mal weiter. Und hier nochmal zur Überprüfung. Du kannst nochmal gucken. Das hat dir dann nochmal. Überprüfen Sie verbundene Apps und Dienste. Das heißt, du musst hier connected sein. Wenn das nicht sein sollte, der Fall sein sollte, musst du dich mit dem Dienst dann entsprechend verbinden, authentifizieren. Und dann ist es schon gewesen. Das heißt, du klickst auf Flow erstellen. Und dann ist es schon. Das heißt, das, was du jetzt hier siehst, ist tatsächlich nicht verwirrt sein. Das ist so die neue Ansicht, die wir jetzt hier haben seit kurzem. Das heißt, das blöde ist, es ist die Co-Pilot- oder Co-Pilot-Ansicht ohne den Co-Pilot. Das ist schon komisch, ne? Weil normalerweise hättest du hier so eine Leiste an der Seite hier, da ist dann vorhanden, wo du dann mit dem Co-Pilot weiterhin interagieren kannst. Das heißt, du könntest ihm dann ja sagen nach dem Motto, aber bevor die Nachricht an Teams verschickt wird, will ich, dass noch eine E-Mail an irgendjemand geschickt wird. Und dann merkt er das, dann versteht er diesen ganzen Flow und weiß, aha, guck mal, vor dieser Aktion will er, dass noch eine E-Mail geschickt wird. So, und dann baut er dir das hier ein. Das heißt, jetzt im Moment muss ich hier draufklicken und eine Aktion hinzufügen und das selber bauen. Hinterher sagst du das dem Co-Piloten und der macht das für dich. Also ganz normal, in ganz normalen Worten, das heißt, kannst du ihn wieder diktieren oder tippen, je nachdem, was du so bevorzugst. Und dann wird das dir angezeigt und dann baut er dir das. Also es ist schon echt perfekt. Aber im Moment ist das so, guck mal, das ist eine neue Ansicht. Ja, man muss sich daran gewöhnen, es ist hier und da mal besser, mal, weiß ich nicht, alles hat so seine Vor- und Nachteile im Leben. Es ist schon so ein bisschen an, von der Optik her, kannst du schneller diese Sachen hier zusammenklappen. Du hast hier mehr so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompakter das Ganze und so weiter. Oder wenn du jetzt eine Aktion anklickst, dann hast du hier oben gleich alle Geschichten sofort auf dem Schirm. Das heißt, du kannst sofort in die Einstellungen gehen, Code-Ansicht etc. In der alten Ansicht musstest du alles immer über diese Menüs, über diese drei Punkte hier machen und dann für jedes einzelne Ding immer ein einzelnes Pop-up aufmachen und so weiter. Von daher ist das schon hier schneller, weil du alles im Zugriff gleich hast. Wenn du hier auf ForEach klickst, dann hast du sofort diese ganzen Möglichkeiten und so weiter. Also Funktionalität ist quasi fast die gleiche, in Anführungsstrichen. Im Moment noch, wie gesagt, ohne den Co-Pilot. Also wenn er dann kommt, dann ist das kein Vergleich mehr. Aber im Moment ist das so. Und dann klicke ich immer drauf, ja, es wurden alle E-Mails, es werden alle E-Mails abgerufen, die jetzt reinkommen. Guck mal, hier könntest du nochmal sagen, wenn die E-Mail von und an geschickt wurde und Wichtigkeit und so weiter. Kannst du alles einstellen. Hier reicht mir das Anlagen einschließen. Ganz wichtig, muss natürlich auf Ja stehen. Sonst hast du quasi, sonst wird nur der Dateiname, aber nicht der Inhalt mitgeschickt. Geht nur mit Anlagen, macht Sinn, weil du die hier abrufen willst, ist klar. Und dann gehst du hier auf ForEach und dann sagst du, alle Anlagen, alle Attachments oder alle Anlagen hier soll er dir denn rausnehmen. Und du siehst jetzt hier, dieses ForEach heißt, diese Schleife sozusagen, alles was in dieser Box passiert, will so oft durchlaufen, wie es entsprechend Anhänge an einer E-Mail gibt. Und dann musst du nur noch sagen, Create File, klickst du drauf und hier musst du natürlich logischerweise, das kann die Software ja nicht wissen, in welchem Ordner willst du denn die Anhänge speichern. Ich mache das jetzt immer ganz knapp und schnell hier im Root-Verzeichnis, das heißt im Ausgangsverzeichnis sozusagen. Wie soll der Dateiname heißen? Den kann ich jetzt entweder fest eingeben oder, das ist auch ein bisschen anders, hier kannst du direkt auswählen, ob du dynamischer Inhalt haben willst. Also auf den oberen Teil klicken oder ob du Funktionen benutzen willst, auf das FX. In der alten Version ist das so, du klickst rein und es wird dir sofort diese Box angezeigt, diese Pop-Up rechts an der Seite und dann kannst du erst da drin wählen, was willst du denn eigentlich. Also du hast viele Informationen, die du da einmal in den nicht brauchst. Hier kann ich genau sagen, dass und dann sagen wir doch einfach mal, haben wir hier Datei, irgendwas mit Datei. Guck mal, da könntest du irritiert sein und denken, oh Hilfe, da kommt ja so wenig mit. Aber diese neue Ansicht ist auch sehr komprimiert, das heißt, es wird vieles ausgeblendet, was man der Meinung nach, der Software-Meinung nach nicht braucht. Aber du kannst jetzt sagen, mehr anzeigen, siehst du das hier rechts, mehr anzeigen und den kannst du sagen Datei. Oder was haben wir hier, Name, guck mal und da steht es Anlagename. So, das heißt, dann übernimmt er den Anlagennamen aus der E-Mail, Datei, Inhalt, das ist immer auf Randreif getrennt, also du kannst den Dateinamen extra vom Datei, Inhalt, das macht schon hier und da Sinn oder sehr häufig Sinn, weil du häufig auch nicht den originalen Namen, Dateinamen einfach nur übernimmst, sondern du willst auch mal was eigenes daraus bauen. Hier sagst du wieder das und dann sagst du mehr anzeigen und dann wollen wir, was wollen wir, den Inhalt wollen wir haben und da siehst du Anlageninhalt. So, das ist schon gewesen, das heißt, der nimmt jede neue E-Mail, die Anlagen hat, packt die hier, speichert die in deinen vorgegebenen Ordner auf Randreif und dann sagst du hier Post, das ist dann quasi dieser Nachricht in Teams posten. Da ist es auch, wie gesagt, dieser sehr überschaubar, das heißt, du musst veröffentlichen, willst als Flow-Bot, nicht als bestimmter Benutzer, sondern als Bot soll er dann die Nachricht veröffentlichen, in welchem Channel und da sag ich mal, so, das ist so mein Test-Channel, hier so. So, dass er sofort sucht, guck mal, ah, sei nicht verwirrt hier. Guck mal, jetzt machen wir das mal, da müssen wir veröffentlichen in, komm, in einem Channel, da war ich ein bisschen schnell, Team, natürlich Team, da ist es dann relevant, hier, guck mal, Social Media, das heißt, ich will als Bot veröffentlichen, ich will in einem Channel, also in einem Kanal das Ganze veröffentlichen und ich will das jetzt in meinen Teams und dort, also in meinem Test-Team das Ganze machen und dort natürlich in allgemein oder was, wo haben wir den, haben wir den, hier allgemein, also den Hauptkanal und hier kommt dann die Nachricht, da kannst du wieder mit dynamischem Inhalt arbeiten oder sonst was, was weiß ich, haben wir den hier, den betrefft der E-Mail und dann noch irgendwelchen Text und hier kannst du dann natürlich noch weiterhin Text eingeben und das war's schon, das heißt, du klickst auf Speichern, testest das einmal, den ganzen, den ganzen Quatsch und schon hast du einen Flow gebaut, schon hast du einen fertigen Flow erstellt und du hast ja gemerkt, wir haben im Prinzip, hast du jetzt diese ganzen Aktionen, die hat er mir selber sozusagen, die hat mir die KI gebaut und ich muss letztendlich nur noch den Inhalt sozusagen hier bestücken, also das Feintuning sozusagen machen, die KI macht das Grobe und Ganze, ich mach das so ein bisschen das Feintuning, fertig. Also es ist immer vom Vorteil, wenn du weißt, was Power Automate macht und wie das Ganze arbeitet, weil natürlich, wenn du dann ein bisschen tiefer ins Detail gehst etc., also es natürlich macht Sinn, hier Variablen zu definieren oder irgendwas parallel auszuführen etc. und so weiter, also das heißt, das ist schon, du solltest natürlich wissen, was das Ganze kann, dafür habe ich auch hier einen Online-Kurs vier Stunden lang entwickelt, kannst da mal reingucken, aber sonst, das Grobe und Ganze geht ja ganz schnell, ja, hast du einen Flow erstellt und du siehst, wie schnell du jetzt alle Anhänge einer neuen E-Mail auf OneDrive speicherst und dazu für das Team irgendwie, was weiß ich, in irgendeinen Kanal postest, dass jetzt da und da eine neue Datei vorhanden ist und so weiter und das hört ja bei weitem nicht auf hier unten, das heißt, du kannst aber plus neue, noch eine Aktion, noch eine Aktion, jetzt mal eine E-Mail schicken und so weiter. Also eine wunderbare Geschichte, das wie gesagt, ich glaube das Testen, das ist klar, eine E-Mail und dann geht das ab, ab die Post hier, kannst einmal nachbauen, einmal testen und dann war es das. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen, beim Testen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Also, bis gleich!